Ja hallo, herzlich willkommen am Wargaming Stand. Mein Name ist Ingo Horn, ich bin der Senior PM Manager Europe und ihr seid zu Gast hier bei Wargaming Europe. Wir haben World of Tanks, wir haben World of Warships, wir haben World of Warplanes und jetzt ganz neu haben wir auch Total War Arena und ich erzähle euch jetzt gleich ein bisschen mehr dazu. Und ihr schaut I Know Your Game. World of Tanks haben wir natürlich auf Multiplattformen, wir haben sowohl den Mobilbereich mit World of Tanks Blitz, aber der Fokus hier auf der Messe ist auf World of Tanks auf dem PC und auf der Konsole, weil auf der Konsole gibt es Neues zu erzählen. Wir haben zum Beispiel die War Stories released, das ist nichts anderes als ein Singleplayer-Modus, das ist der erste Singleplayer-Modus, der überhaupt in irgendeinem der Wargaming-Universen etabliert worden ist. Und da fangen wir jetzt frisch heute um 15 Uhr an, das heißt vor 5 Minuten sind wir gelauncht, wir haben 15 Uhr, heute am Dienstag auf der Gamescom und das ist sowohl im Singleplayer kannst du das spielen, als auch im Online-Koop, das heißt zu zweit, egal wo du bist, auf der Xbox One, auf der Xbox 360, ab November zum Launch der Xbox One X auch. Natürlich auch auf der Playstation und auf der Playstation Plus. Ja, nicht weiterspinnen, es sind alternative Szenarien, aber die War Stories per se, wir fangen jetzt erst einmal mit zwei Szenarien an, die gerade frisch gestartet sind, dann kommen in den nächsten Monaten noch weitere. Die sind zum einen in diesem Alternativ-Szenario aufgebaut, das heißt, was wäre wenn, wir kennen das vielleicht von irgendwelchen Fernsehsendungen, beziehungsweise Serien wie Man in the High Castle zum Beispiel. Und da ist es eben bei uns so, dass zum Beispiel in Rumänien wurde ein Panzer damals von der Roten Armee übernommen, das heißt ganz typische Kriegsbeute. Und wir haben das Szenario gesponnen, dass ein Amerikaner jetzt dementsprechend der Roten Armee beibringt, wie sie mit diesen Sherman-Tanks zu arbeiten haben. Ein anderes Szenario, was gerade für uns Deutsche vielleicht etwas interessanter ist, spielt zu Zeiten, als die Berliner Luftbrücke 1948 etabliert worden ist. Und da haben wir das Szenario gesponnen, dass es damit nicht so ganz funktioniert hat, weil die Russen irgendwann mal die Schotten dicht gemacht haben und das versucht werden musste, auf dem Landweg einen Korridor zu bilden. Und da steuern wir beispielsweise eine britische Panzerkruhe, die das versucht zu etablieren, was natürlich darin gipfelt, dass es nachher in Berlin vor dem Brandenburger Tor vor dem Reichstag auch zu Scharmützeln kommen wird. Und das sind diese Alternativ-Szenarien, die es beispielsweise gibt. Aber es wird auch durchaus denkbar sein, dass wir in der Zukunft, was weiß ich, für nächstes Jahr und so weiter auch Fantasy-Szenarien bieten, wie zum Beispiel, wir haben einen April-Scherz gehabt in diesem Jahr, wo du mit Panzern auf den Mond langfährst und mit Laserstrahlen so aufeinander schießt. Das sind auch so Möglichkeiten, die wir bieten können. Oder sogar historische Begebenheiten, wie diese klassische Band of Brothers-Thematik, dass in der Normandie beim D-Day gelandet wird und du dann versuchen musst, mit einer amerikanischen oder mit einer britischen Panzerkruhe durch Frankreich dich nach vorne zu kämpfen, um die Nazi-Besatzer dementsprechend niederzuregen. Die Grand Battles wiederum ist auf dem PC etwas vollkommen Neues. Bis jetzt waren ja alle unsere Spiele mit 15 vs. 15 im Online. Und die Grand Battles, wie der Name schon sagt, verdoppelt die Anzahl. Das heißt, wir haben dann wirklich 30 gegen 30 Multiplayer-Schlachten. Und Schlachten ist dann im wahrsten Sinne des Wortes, weil wenn plötzlich statt auf einer ungefähr 1x1 Kilometer großen Map, die die normalen Karten bei uns sind, 30 Panzer unterwegs sind, sind jetzt auf einer Karte, die 1,4x1,4 Kilometer groß sind, plötzlich das Doppelanzahl an Panzern, nämlich 60 Panzer unterwegs, 30 gegen 30. Das kann unter Umständen zu einem ganz schönen Gedrängel führen, aber auch wiederum sehr viele taktische Möglichkeiten bieten, weil du natürlich ein wesentlich größeres Areal hast, was dementsprechend beackert werden. Und das richtet sich explizit bei uns vor allem an die Tier-10-Spieler, das heißt diejenigen, die schon im Endgame angekommen sind, weil World of Tanks hat gerade frisch seinen Geburtstag gefeiert, 6 Jahre in Europa, 7 Jahre überhaupt eben, seit sie überhaupt veröffentlicht worden sind. Und dann ist es natürlich schon so, dass von den 180 Millionen Spielern global durchaus der eine oder andere schon am Ende in Anführungsstrichen angekommen ist und deswegen sehr, sehr froh und glücklich darüber ist, dass wir in der Lage sind, ihnen auch Endgame-Content zu bieten. Ja, du spielst auf unsere Kooperation an. Wir haben den glücklichen Umstand zu verdanken, dass wir sehr eng mit Sabaton aktuell zusammenarbeiten. Wer sie nicht kennt, das ist eine schwedische Heavy-Metal-Band, die selber sehr, sehr große World of Tanks-Fans sind und an uns herangetreten sind, ob man nicht mal irgendwie was zusammen machen könnte. Und da hat ein Wort das andere ergeben und lange Rede, kurzer Sinn, es ist jetzt gerade aktuell eben der Sabaton-Tank, das ist eine schwedische Abwandlung von einem schwedischen Panzer, im Spiel drin enthalten, wo die Band als Crew drin enthalten ist, wo einer der Perks, die wir haben, Waffenbrüder, der eigentlich als Faust dargestellt ist, als Pommesgabel dargestellt wird. Also es sind auch solche netten Anspielungen an Heavy-Metal und Rock dementsprechend mit drin beinhaltet. Und wir haben das große Vergnügen, eben Sabaton bei uns auch am Stand begrüßen zu können, am Publikumsstand. Das heißt, jeder, der dieses Video vielleicht vor Mittwoch 19 Uhr zu Gesicht bekommt, der kann bei uns dann dementsprechend am Stand Sabaton sehen, gemeinsam mit Akira Yamaoto, der den Soundtrack für Silent Hill beispielsweise geschrieben hat, weil der ist auch ein World of Tanks-Fan und der steuert auch Musik für World of Tanks bei und der spielt gemeinsam mit Sabaton bei uns auf der Bühne. Genau, die War-Stories sind seit heute schon live, zumindest die ersten beiden Stories. Im Monatsrhythmus kommen weitere dann. World of Tanks auf dem PC, die Grand Battles werden Ende diesen Monats, ich glaube am 30. August, um genau zu sein. Welche Uhrzeit kann ich gerade nicht auswendig sagen, aber ich meine, es wäre auch sowas um die 15 Uhr herum, werden die auf den Servern gelauncht werden. Das heißt, dann habt ihr auch da draußen die Möglichkeit, die beiden Spielmodus anzuspielen. Und wiederholfen die Straßen waren mit Krieg und Todes. In 1962, wir glaubten, dass die Kubische Missile-Krisis ein Bluff war. Es war Bravado. Playground bullies flexing ihre Muskeln. Keiner würde niemals auf den Bühne. Dann, ein Tag in Oktober dieses Jahr, jemand hat ihn gezwungen. Und Island Paradise wurde in der Epicenter der All-Out-Thermolik-Nuklear-War. Threatening our very existence. These are our stories. Now, it's your turn.